Hi, ich bin Gaby. Mein Kollege Markus hat euch gestern gefragt, wie viele Stufen bei uns im Bad ins Wasser führen? Die richtige Antwort ist 41. Meine heutige Frage ist, wie viel spart ihr, wenn ihr mit der Banyon Card Sauna viermal im Monat in die Sauna geht? Vielen Dank.